Nubuk Fresh gibt es in 1 Liter und in 250 ml. Ein tolles Produkt, um sein ausgeblichenes Nubuk, Spade, Rauleder, Vintage-Leder, wie auch immer, dieses Leder hat viele Namen, wieder farblich aufzufrischen. Das gibt es in vielen Standardfarben in den 46, darüber hinaus gibt es noch die Standardgrundfarben, aber es ist auch möglich, uns ein Muster einzuschicken, dass wir es dann nach dem Muster anfertigen oder man sucht sich eben passend zu seinem Auto, dann sind die 250 ml gut geeignet oder passend zu seiner Garnitur, dann ist der 1 Liter gut geeignet, seine passende Farbe raus. Was ist Nubuk Fresh? Nubuk Fresh ist eine Spezialfarbe mit einem tiefziehenden Binder, ähnlich wie eine Beize bei Holz, die in das Leder einzieht und den Originalfarbton wieder anfeuert und neuen Farbton gibt.